Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, ich habe den Bahnhof hier fertiggestellt, wo wir Fiber anliefern und auch Biomasse und das wird dann zum Hub transportiert. Ich habe den Biomasse Hub noch nicht auf zwei Waggons umgestellt, deshalb fährt hier erstmal nur einer. Fiber wird aber über zwei Waggons transportiert. Dann habe ich da unten noch eine Sache erledigt bei unserer GUA-Geschichte bzw. unserer Rayon-Geschichte und zwar zum einen natürlich Coke und Limestone angeliefert, was hier noch fehlte. Diese beiden Bänder sind für Salt-enriched Biomasse. Das steht jetzt für die heutige Folge auf dem Programm, aber wir hatten ja auch noch das Problem mit dem CO2. Wo ist es? Jetzt finde ich es gerade nicht. Da, das Kohlendioxid. Und das war hier total verstopft. Und das Problem ist, diese Anlage ist ja noch gar nicht angelaufen. Die wird uns jede Menge CO2 erzeugen, 750 pro Sekunde. Und das war ja vorher schon verstopft, weil hier irgendwo noch eine Anlage war. Jetzt weiß ich gar nicht wo. Vielleicht da oben. Du! Du erzeugst uns auch jede Menge CO2, um Stickstoff herzustellen. Und das ist auch mit hier rein geflossen. Und nur unsere GUA-Anlage, die wir hier haben, schafft das gar nicht, das CO2 zu verarbeiten. Da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, was machen wir denn damit? Und letztendlich müssen wir mehrere Wege gehen. Also zum einen habe ich ein CO2-Rohr hier hochgelegt, was uns das CO2 einmal in diesem Bereich bringt. Wenn das denn hier mal wieder produziert, dann brauchen wir hier, ja doch, hier sind CO2-Produzenten, die brauchen wir denn nicht, weil hier von unten jetzt was ankommt. Das geht ja noch ein Stückchen weiter bis zu unserem Zentralwald hier, Central Park könnte man sagen. Da haben wir ja Moos-Anlagen, die brauchen auch CO2 und da geht das dann auch noch hin. Also es ist jetzt, sieht zwar lang aus hier, dieses Rohr bis dahin, aber so weit ist es gar nicht, wenn man die gesamte Base betrachtet. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass wir bei unserer Farm Z noch so einen CO2-Anschluss haben. Und deshalb habe ich hier nochmal so einen Bahnhof gebaut, eine Haltestelle eingerichtet. Hier für CO2 und da fährt dann Zug zur Farm Z. Und das ist hier eher hier. Und das wird hier eingespeist. Aber auch nicht komplett voll, habe ich gesagt, nur bis 25.000 sollen die hier füllen von den 30.000, weil es gibt quasi auch noch ein Abfallprodukt CO2 in dieser Anlage. Und das Gesamt-CO2 wird dann hier irgendwie weiterverarbeitet, worüber, ist mir auch egal. Und ich hoffe, dass diese beiden Sachen dann ausreichen. Falls nicht, ist hier für den Notfall, ne, da bin ich falsch, hier bei dem Notfall ist hier noch eingerichtet worden, ne, CO2-Vernichtung. Also dann wird es einfach in die Atmosphäre geschickt, bevor hier irgendwann gar nichts mehr läuft. Es sind aber auch nur vier Gasventile. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ganz, ganz viel CO2 in die Atmosphäre kommt. Aber wir müssen mal gucken, wie sich das so entwickelt. Zukünftig, wenn wir irgendwo CO2 brauchen, werde ich natürlich auch auf diesen Bahnhof zurückgreifen, um dann erstmal an CO2 zu kommen. Und nur, was dann noch fehlt, das werden wir dann vor Ort nachproduzieren. Ein CO2-Hub zum Beispiel macht für mich keinen großen Sinn, weil die Menge, die wir transportieren müssen, einfach so gigantisch ist dann. Das kriegen wir gar nicht gebacken. Also da werden die Züge nur noch unterwegs. Sie fahren dann ja einmal zum Hub, also vom Erzeuger zum Hub und vom Hub zum Verbraucher. Und das sind ja zwei Zugfahrten dann. Und wenn wir direkt vom Erzeuger zum Verbraucher schicken, dann haben wir nur eine Zugfahrt. Und dementsprechend nur die halbe Last für den Bahnverkehr. Und bei dieser riesigen CO2-Menge ist das, glaube ich, dann sinnvoll. Aber wir sind natürlich immer vor Ort verbrauchen. Ja, aber jetzt bin ich gar nicht hier. Achso, genau. Hier müsste es, wenn das beides ankommt, sollte es hier vielleicht laufen. Wir werden sehen, was denn noch alles für Mängel auftreten. Aber um die Sachen wollen wir uns jetzt gerade kümmern. Salt-enrich-Biomasse. Und Salt-enrich-Biomasse braucht vor allen Dingen Tailings. Und Tailings ist genauso wie CO2 ein Problem, mit diesen riesigen Flüssigkeits- bzw. Gasmengen, die transportiert zu bekommen. Also erzeugen wir Salt-enrich-Biomasse am besten mal dort, wo wir auch Tailings sowieso haben. Und wo haben wir das? Bei unserem Kupferwerk. Und da haben wir hier jede Menge Tailings. Und hier haben wir auch schon einen großen Verbraucher, der einen Schwefel erzeugt. Und damit wir jetzt Salt-enrich-Biomasse machen können, also jetzt hatte ich hier gerade mal was anderes geguckt. Wo sind wir bei den Proton-Donors? Sind wir hier und da brauchen wir halt 37, also sagen wir mal aufgerundet, 40 Plankton-Farmen wieder mit Fluggas und so weiter. Und das ist auch ganz praktisch, wenn wir die daneben stellen. Und deshalb werde ich mal eben gucken, dass wir vielleicht von dieser Ecke angefangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Rohre da links auch benötige. So, das ist Wasser. Dann nehme ich mal mit, dann gehe ich mal bis hier hoch, gehe ich mal bis da. Dann schauen wir mal. So, da. Hm, dann sind jetzt die Strommast ein bisschen im Weg. Mal gucken, nach links habe ich ja noch Platz. Vielleicht lasse ich ein bisschen Lücke. So wäre Minimum. Dann könnte ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Lücke lassen. Dann können wir das mal da hinsetzen. Aber der Strommast passt sogar, oder weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich blockiert der auch irgendwas. Was? Eigentlich der kann sowieso weg. Die ganzen Strommasten, die großen Strommasten können hier weg. Dann muss ich das gleich mal auffüllen, was jetzt blockiert war. An Rohren. Was? Achso, das ist das. Ja. Ah ja, ich verstehe. Hm. Dann. Ja, mal den Anschluss. Und dann wäre es ja ganz gut, hier diese drei Rohre sind ja noch offen von Tailings. Das heißt, die können wir dann da an diese Tanks anschließen. Die können ja ruhig verbunden sein. Das macht mir ja nichts. Hm, ein bisschen zu kurz hier alles. Hm. Und das muss nicht verbunden sein, also können wir das so rummachen. So. 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 Jetzt fehlt mir hier noch ein Red Scrubber, alles klar, sehen ob ich den hier so bauen kann und mir fehlen ein paar Tanks, ich baue das jetzt einfach mal so nach, ich weiß gar nicht ob das sinnvoll ist mit den Tanks, da oben sind dann sicherlich noch mal vier, dann brauche ich noch ein paar Bleiplatten, gehe noch mal kurz zum Zug, dabei fällt dann auf, dass unser Kupferwerk steht, keine Ahnung warum, ich möchte jetzt erstmal das eine fertig machen, mich dann darum kümmern, warum das hier nicht mehr läuft. So, einmal Blei, für 1, 2, 3 weitere von denen, das kann man eben weg, dann brauche ich Rohre, 1, 2, 3, normale Rohre, achso genau, brauche ich auch, klar, erstmal so, wenn man alles verfügbare Eisen, was da ist, 1, 2, 3, 4, 5, das weg, so, brauche ich sonst noch irgendwas, weiß ich jetzt noch nicht, Grundmaterialien, das haben wir, das haben wir, ich denke ich kann hochgehen, ja was willst du jetzt von mir, ich wollte es mal wieder auf dem Arm, diese fehlenden Schwefelplantagen, beziehungsweise Kartoffelplantagen sind übrigens immer noch nicht produziert, in unserer Fabrik, ach genau, hier brauche ich noch zwei von denen, und dann brauche ich Pumpen, 1, 2, 3, 4 erstmal, dann brauche ich Pump Jacks, 1, 2, 3, 4, hier oben noch was, Fragezeichen, was mit meiner Bio Factory, habe ich die nicht da, oder, ich brauche doch hier auch Chillator sicherlich, 10 Bio Factories, habe ich, doch die habe ich da, ähm, also genau, ich brauche Sink Holes, sicherheitshalber, 5, noch mal 3, noch mal 3, dann brauche ich noch mal 4 Pumpen, und nochmal 4 Pump Jacks, da wird es jetzt ein bisschen eng, das wird mir jetzt doch Eisen, ich habe schon alles Eisen genommen, äh, meinen Zug noch mal eben losschicken, Nachschub holen, wobei wir haben hier auch Eisen, wir haben hier eine Eisenhaltestelle, das weiß ich ganz genau, und das ist jetzt mehr als 10, die hier verplant waren, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 12, äh, das ist nicht so schlimm, hier sind aber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das ist ok, äh, ich setze die 2 einfach nochmal dazu, machen wir nochmal 2 Bio Factories, ob wir sie gar nicht brauchen, jetzt haben wir da so eine doofe Lücke, wer weiß wofür es gut ist, so, die wollen mich mit Stein versorgen, und hier ist jetzt irgendwo so eine Eisenhaltestelle, so, 3 Pump Jacks, dann fehlen wir schon wieder Motoren, dann wollte ich 2 Bio Factories bauen, hier haben wir auch wieder Duralumin, da bräuchte ich da nochmal ein paar Rohre, so, so, Kuffer sollte ich eigentlich auch hier irgendwo haben, bei so einem Kufferwerk, das ist dann schon alles abtransportiert, Kufferplatten, da sind welche Duralumin ist auch da genau, nicht ganz so viel da, und hier wird ja noch gar nichts abgeholt, also das kann man schon sehen, so richtig viel hat unser Kufferwerk nicht produziert, bevor es die Arbeit eingestellt hat, Kufferplatten sind es, naja doch, es ist insgesamt kann man sagen viertel voll, so, dann müssen wir gleich noch gucken, dass wir die Tupra Plantagen irgendwo hinsetzen, da habe ich auch schon überlegt, was machen wir denn da, hier ist ja die Bahnhofsreihe, jetzt könnte ich sagen, ich mache hier die Bahnhöfe noch weiter höher, aber brauche ich dann hier noch Bahnhöfe, hier kommt ja nur noch Tupra hin, das heißt ich brauche nur noch eine Haltestelle für Salt and Ridge Biomasse, da habe ich hier unten Platz, das muss man dann halt von oben nach unten transportieren, ok, also könnte ich entweder hier einen Bahnhof hinsetzen, oder hier die Tupra Geschichte, ich könnte die Tupra Geschichte auch hier runter platzieren, weil wir jetzt hier auch was gesetzt haben, können wir das auch da machen, aber ich denke ich mache es dann doch eher hier, dann sind wir auch, hier haben wir sowieso ja schon Tupra genau, also im Prinzip kann ich den Block hier nochmal rüber setzen, und dann eben sagen, ich nehme hier keinen Bahnhof mehr, sondern wenn ich Bahnhof brauche, kann ich den da oben hinsetzen, ja, und hier unten habe ich ja eben noch Haltestellen frei, gut, aber jetzt erstmal hier nochmal Sachen aufstellen, ähm, habe ich alles noch gar nicht, na gut, dann machen wir erstmal die Kopie von dem anderen Kram, und früher hätte ich ja gesagt, ach komm, wir haben ja hier recht, schon so eine Tupra Anlage für Salt and Rich Biomasse, dann benutzen wir die mit und so weiter, aber ich habe auch ein bisschen dazu gelernt, wenn das hier alles mal voll produziert und verbraucht wird, dann haben die nicht genügend übrig für den Kram da unten, das heißt, ich baue die Anlage dann lieber separat, so und jetzt, jetzt ist ein bisschen problematisch wegen des Tailingsrohrs dann da, aber das sehen wir dann gleich, ich denke, ich mach mal ab hier, so oben sind die Biofactorys, die muss ich ja nicht mit berücksichtigen, das haben wir dann ja schon, okay, insofern hätte ich auch den Block einfach so kopieren können, ja, wie man es macht, ist eigentlich egal, ne, so, und das sind jetzt auch nicht so viele, warte mal, das sind, 6 x 36, genau, und ich brauche jetzt ja 60, da wäre so die Höhe, das ist jetzt blöd, weil ich ja nicht durchgehen kann, warte mal, ich muss mal das mal eben, hier kurz weg speichern, und hier mal eben Platz machen, das ist eigentlich egal, genau, die Klippen werden egal, und dann würde ich sagen, mach ich hier mal so eine Markierung rein, die Schienen, rechts von dem Fließband fangen die Schienensysteme an, das heißt, da würde ich dann auch die Tupra-Geschichte bauen, dann ein bisschen weiter noch nach rechts, also nicht, die Höhe bleibt mit 6 Einheiten, und in Ost-West-Richtung machen wir dann aber 10 Einheiten, so, das wäre da die Grenze, da muss ich nochmal so, und warum habe ich jetzt hier nochmal so ein, und warum habe ich da zwischen so eine Lücke gemacht, weiß ich nicht, aber dann bleibe ich erstmal dabei, mach dann 3x3, und eventuell gehe ich nach rechts nochmal, mach dann noch eine Reihe weiter, werden wir dann machen müssen, aber vielleicht mit Lücke, vielleicht ohne Lücke, muss ich dann gleich mal gucken, jetzt können die erstmal mein Kram hinlernen, da habe ich die Tasche ein bisschen freier, bei 60 Dingern, jeder braucht einen roten Greifarm, und einen blauen, wie ich das sehe, oder? können wir also, zumindest nochmal, 1, 2, 3, 4 Nachbarn, 1, 2, 3, 4, Minimum, ich glaube nicht, dass das gebraucht wird, ja, meine Taschen sind gleich leer, was macht das hier für einen Sinn, wenn hier doch eine Strommast ist, ist das da rechts auch so, das kann auch nicht sein, ach so, ich verstehe, durch das wieder kopieren, ja, ist klar, die Rohre da in der Mitte müssen dann quasi weg, das sind die Kopien von dem Kram, das ist auch das, wird da nicht gebraucht, so, und jetzt sind hier die doofen, Strommasten alle im Weg gewesen, mach das auch nochmal weg, ich weiß jetzt nicht genau, welche wir brauchen, welche nicht, die kommen gleich als Kopie dann nochmal wieder drauf, und dann ist gut, so, was, eigentlich muss es doch passen, wo ist jetzt was im Weg, so, jetzt kommt da rechts die Salt-Inrich-Biomasse hervor, ne, genau, und da habe ich hier auch schon zwei Bänder, die dann nach rechts abknicken irgendwie, hier bei mir aber nicht, weil ich das nicht mitkopiert habe, das machen wir nochmal eben, so, von hier an, um, auch immer bis da, so, so, dann muss ich noch was nachbauen, 1,2,3,4,5 davon, das Zeug kann weg, und wir müssen das gleich noch mit links, mit dem Zeug, mit den Gelatos und so weiter verbinden, ein Zug kann ich schon mal wieder herbestellen, der hat nämlich glaube ich noch Fließbänder an Bord, wenn ich die schon nicht alle, nicht noch alle weggefressen habe bereits, dann kann man jetzt gehen wir erstmal hier nach links, oh, man sieht schon Nachtsichtgerichte hat kein Strom mehr, meine Bots haben sehr viel Strom verbraucht jetzt, jetzt haben wir hier aber ein paar Pumpjacks, ne, so, wobei die doch noch im Bau sind, also, ja, die Bauwarteschlange, das dauert noch ein bisschen, okay, was brauche ich denn, ich brauche hier auf jeden Fall die Gelatos, ja genau das, das können wir schon mal durch verbinden, hier das, Urea, muss mit dem anderen Urea verbunden werden, oh und, iiii, ist das der Grund, warum unsere Kupferanlage nicht läuft, weil wir unser Urea nicht los werden, da fehlt mir jetzt natürlich auch wieder, Material, machen wir es mal so rum, so rum, dann gehst du hier einen tiefer, und meine grünen Dinger sind auch weg, meine Energiesparmodule, ich denke der Zug müsste inzwischen da sein, mal ein bisschen Zeug holen, dabei mal gucken, was ist hier mit dem Urea los, es wird nicht abgeholt, ne, tja, was machen wir mit dem ganzen abfall, Urea, hei, 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 das haben wir noch nicht das bleibt eigentlich nur ammonia ja für rayon wie mache ich das bei rayon lass ich doch auch an liefern oder urea hub das hilft nichts ist hier glaube ich noch nicht drin sagen wir 10 09 urea hub einrichten wenn man so viele stellen wo wir herstellen und so viele stellen wo wir verbrauchen das kriegen wir nicht mehr so mit einer peer-to-peer verbindung hin also denn direkte verbindung ein bisschen kuffer kam jetzt wieder weil ich eben an dem urea gebastelt habe das war ganz kurz jetzt strohfeuer so mein zug ist da so da brauchen wir auf jeden fall motoren dann brauchen wir nämlich noch ein objector verbauen auch stahl das nehme ich mir noch mit dann fehlt mir wieder nylon das heißt advanced small parts und solche sachen das gummi genau ich kann noch mal 1 2 3 4 5 bauen habe ich jetzt uns am hundert genau strommasten ähm brauche ich hier noch plastikrohre ne sollte ich auch noch mal tun 1 2 3 plastik oder gummi äh gummi ist da dann ein bisschen blei so titan fließbinder wollte ich mitnehmen da kann man ruhig alle so genauen grüne module ich denke das reicht jetzt auch erst mal habe ich noch etwas essentielles vergessen nicht dass ich wüsste achso genau ähm greifarme weiß ich jetzt nicht kommt sonst brauche ich das nach sonst kommen wir auch noch mal zum zug zurück ist egal die brauchen eine stromverbindung 1 1 mast fehlt da ne auch hier das ist eine illusion dass die hier verbunden sind so was geht ne weiter und geht und geht und weiter geht 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 an warum ist hier noch der ist überflüssig würde ich mal sagen der hier nicht genau da können wir noch mal tupra drauflegen also wieder keine unterirdischen das hier weg was habe ich jetzt weggenommen ich habe irgendwas abgerissen so die können die tupras von hier mitbekommen und zwar würde sich dann anbieten diese stelle ist ein stein im weg also nicht so viel das haben die drei pro sekunde oder so was oder vielleicht auch fünf pro sekunde die können von da mitkommen was ist da 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 ja ist jetzt nicht ganz optimal aber so sieht es wenigstens noch halbwegs vernünftig aus wenn die beiden hier so zusammen sind auf einer höhe und dann müssen wir hier so eine kleine delle reinsetzen und dann passt das dann also unter habe ich jetzt ja nicht ist auch die falsche richtung klippe baum ein Oh, das, der Schwefel läuft hier lang, das muss so bleiben, das darf ich nicht kaputt machen und hier würde ich dann sagen, was soll das hier eigentlich? Achso, das war meine Markierung, alles klar. So, so, du willst eigentlich genau hier hin. Ja, dreh dich zehnmal, genau. So, ach bitte, jetzt habe ich keinen Platz. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz, jetzt kann das aufgenommen werden. So, und das geht dann da hoch. So, haben wir die Tupra-Anbindung eigentlich, ja. Sobald wir unterirdische Fließbänder haben, geht das dann so. Genau, dann die Salt-Enriched Biomasse, das müssten die beiden Bänder sein, die hier runtergehen. Die sind jetzt ein zu weit, naja, eigentlich nicht nur ein zu weit links, ja zu weit rechts. Eigentlich müssten die dann hier lang laufen. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf links von dem Weg. Sieht mir nah nicht alles frei aus. Warum ist das hier so komisch? Okay. Ja doch, also fünf links von dem Weg und vier links von dem Weg. Kann man das lang laufen lassen. Ich fange mal hier an, an der Richtung. So. So. Und so. 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 Und so. 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 Das war's für heute. So, jetzt hier runter gehen. 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 So, jetzt runter gehen. So, jetzt runter gehen. So, jetzt runter gehen. So, jetzt hier 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 runter gehen. So, jetzt runter gehen. Okay. Ich glaube, ich brauche trotzdem noch rote Bänder. 1, 2, 1, 3 und hole ich mir dafür auch noch mehr Material. Gummi auf jeden Fall. Das vielleicht. 1, 2, 3. Noch mehr Gummi. 1, 2. Erstmal. So. 1, 2, 3 und hole ich mir dafür auch noch mehr Material. So. 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 verlegen ok Das war's für heute. Okay. Wie soll es hier aus? Die brauchen. Auf jeden Fall Öl und dieses heiße Outlet Gas. Heiße Outlet Gas ist kein Problem. Das können wir mal eben hier rüber setzen. Und Öl. Können wir da langlegen. Oh, mal von rechts. Okay. So. So. Dann erzeugt der Fluggas. Das macht er ja da. Das ist richtig angeschlossen. Oh ja. Das ist auch damit verbunden. Bio-Factories müssen inzwischen gebaut worden sein. Okay, jetzt gehen wir auch die unterirdischen Rohre wieder aus. Okay. Das dauert dann alles noch ein bisschen, aber hier die Sinkholes haben wir da. Da ist jetzt die Frage, lohnt es sich hier noch die Wasserrohre zu verbinden? Dann haben wir unten noch quasi einen Überschuss an Wasser. Was mache ich mit dem Wasser? Was ist das hier alles? 94. Ist recht voll. Würde ich einfach mal mit aufsplitten. Die gehen damit hin. Wenn du da lang gehst, so. So. Und hier ein tiefer. Also dann passt es. Warte mal, wir müssen zwei tiefer gehen. Sonst können wir die Verbindung nach oben nicht machen. So. 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 Und die hier unten. So. 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 das lasse ich dann mal weg, glaube ich, oder? Ja. Wobei die auch bei 94 Prozent sind. Du gehst da hin. Ja. Okay. Okay. so. 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 haben wir hier in dem Bereich natürlich viel Rohr gewusel. da können wir dann keine Fabriken mehr hinstellen und so. Aber irgendwas ist ja immer. so. 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 wieso habe ich immer noch keine rohre mir fehlen immer noch so viele rohre das ist ja krass 200 von denen der rest die so das heißt wir haben aufgeteilt das heißt der überschuss an wasser von hier kann in beide bereiche rein fließen oder eigentlich sogar in alle vier bereiche 12 oben noch mal drei und vier so wie ist das mit meinen grünen modulen genau die können immer mal gesetzt werden das ist da verbunden ja und hier geht doch schon einiges an wasser weg das ist ganz gut dass wir jetzt hier noch eine zweite anlage gebaut haben die auch wasser mit verbraucht dann müssen wir das nicht so ein gully kippen also genau die gelator geschichte habe ich das da verbunden spielt eigentlich keine rolle weil obenrum macht keinen sinn muss ich untenrum das rohr legen von den biofaktorys sind wir hier wo gehen wir da nach rechts hier gehen wir oben rum ok ja wo technisch ist ja fast alles voll aber über dem scheint es zu gehen oder über den light oil rohr kurz eine markierung setzen also da wird es gehen hier ist dann das waste water wo kommt das denn her hier ach so dass das auch noch setzen das ist ein bisschen eng jetzt ist die frage geht es noch ein höher auch aber da auch freie bahn das wäre praktisch das ist ja schon das was ich nehmen wollte geht es dann und noch ein höher geht es nicht weil der tailings ist alles klar das ist andere müssen wir auf dem weg lang bauen ja das heißt das hier muss man auch ein bisschen verschieben das hier muss man auch ein bisschen verschieben das hier dann auf dem weg ja komm da gehe ich hier auf dem weg der selben linie lang da geht es dann nicht mehr ich würde den gerne versetzen er wird dann nicht gebraucht und ich habe jetzt schon plastikrohr auch nicht mehr jetzt wird es aber ganz bunt hier eigentlich wäre hier dann die richtige sache das so zu verbinden so und dies ist waste water wie habe ich mir das mit dem waste water gedacht das geht da rum da das sind gelatos hä also das geht einfach da rum ok das müssen wir jetzt ein bisschen anders machen waste water ist da eigentlich dann hier so irgendwie lang wir haben ja genug platz nur keine rohre äh und die gelatos kommen von rechts würde ich vielleicht sogar so lassen oder irgendwie nervt es mich gerade ein bisschen dass ich die rohre und sowas nicht habe ich denke ich mache jetzt mit der folge schluss so bei den können wir nochmal eben einsetzen dass ich dann erstmal sehe dass ich wieder materialien habe und dann kann ich das auch besser sehen wenn ich die rohre setze als wenn ich da einfach nur so geister setze so du kommst da einfach mal hier irgendwo hin und du warst ja dafür für salt enriched biomasse kupfer nach rayon eigentlich müsste ich mir für später nochmal irgendwie markieren hier in dem namen dass das auch für rayon ist nicht dass ich denke auch kupfer hat jede menge davon die haben noch für andere sachen was abzugeben naja wir werden sehen die cargo fuel bitte in aktivität die 16 reichen weiß ich nicht so jetzt hat er rot ach so weil die alle belegt sind ich habe den auf das gleis gesetz wo ja gerade alles belegt ist was mit dir ach so du war das auf voll carbo ja es war jetzt blöd den da hinzusetzen schien wir den einmal weg ok die wollen wir noch holz liefern alles klar ähm wir machen schluss für heute bis zum nächsten mal dann tschüss die